Im Anflug auf die Insel, Philipp Max soll bei Manchester United ganz oben auf der Liste stehen Foto, Picture Alliance Augenklick feiwinkt dem FC Augsburg jetzt die ganz große Kohle. Wie die englische Zeitung Daily Star berichtet, sucht Star-Trainer Jose Mourinho, 55, noch einen Links-Verteidiger für Manchester United. Angeblich steht FK-Abwehrmann Philipp Max, 24, ganz oben auf der Liste. Dazu will der Olympia-Zweite wohl auch unbedingt nach Old Trafford. Trainer Jose Mourinho ist gebürtiger Portugieser und gewann zweimal die Champions League, 2004 mit Porto, 2010 mit Inter Mailand Foto, Real Madrid Getty Images für einen Wechsel soll der FK rund 40 Millionen Euro Ablöse verlangen. Manager Stefan Reuter, 51, war für eine Nachfrage nicht erreichbar. Max, der aktuell im Griechenland Urlaub ist, gab in der vorigen Saison 13 Torvorlagen, ist damit der beste Verteidiger in der Bundesliga und hat beim FK noch einen Vertrag bis 2022. Thailand will turn Thailand auf Google Plus per WhatsApp verschicken per Mail versenden. Thailand will turn 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 Thailand will Bis zum nächsten Mal.